Hallo Leute, wir sind wieder voll dabei bei The Walking Dead und wir sind jetzt auf einem Grundstück in Savannah angekommen. Wir haben in der letzten Folge einen Hund ausgegraben, was nicht so richtig geil war. Aber wir haben jetzt das Hundehalsband bekommen und können damit diese Hundeklappe aufsperren. Läuft! Scheiße! Oh oh, verdammt nochmal, komm sofort zurück. Was siehst du? Ach du Scheiße. Och, Gott sei Dank. Macht das bloß nie wieder, gut gemacht Clementine. Du hättest mich zuerst fragen sollen. Ja, das stimmt. Gut, Clem. Aber nicht so schießen, ohne zuerst zu fragen, okay? Ich war nur versuchen, zu helfen. Ich weiß, aber du hast gut gemacht. Du hast mich da nur für einen Moment überrascht. Können wir vielleicht diese Gespräche drin haben? Meine Läge starten zu schmerzen wie hell. Es sieht okay aus hier. Alle in. Gut, Hauptsache rein da. Sorry, sorry. No, es ist okay. Ich bin gut. Ich fühle mich besser schon, wenn ich nur auf meine Füße bin. Danke, Baby. Du solltest nicht, äh, ich wollte nicht, dass ich jemanden sorgen mache. Ich wusste es nicht lügen, ich weiß, es ist erst seit gestern. Ich wusste es nicht, ich wusste es, Kenny und ich nur nachher wissen. Also, ihr habt es beide von uns aus dem Rest von uns. Great. Ich glaube, sie wollten uns helfen. Sie waren uns, äh, sie verfolgten uns. Whoever that was on the radio was, I think they were trying to help us. They did want us, didn't they? Maybe you're right. But whoever it was, they're watching us, following us. And they don't want us to know who they are. I can't think of any explanation for that, that would make me feel better. Can you? I think we could all use a little time to rest up and gather our thoughts, Kenny. At least until those walkers outside wander off and Olmeet's feeling better. He best feel better quick. I ain't gonna wait around here too long. Okay, dann schauen wir uns mal um. Is there anything I can do? Thanks, I got it. Hang out with Chris and Olmeet until I get back, okay? Lee, I'm sorry. What for? Going through the door like that without checking first? I guess that was pretty dumb, huh? Just ask me first and next time you're gonna outsmart all the grownups, okay? Okay. Okay. Gut, wir können uns jetzt umschauen und was mir schon von Anfang an irgendwie ins Auge gesprungen ist, ist dieses Bild von der Familie. Und ich frage mich wirklich, wo die Familie jetzt ist. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Gut, erstmal alles angucken. Gemälde. Zerbrochen. Not exactly my style. Okay. Äh, was haben wir hier noch? Ähm, zwei Türen, Moment. Äh, okay. Dann haben wir hier noch Bücher, ein Fenster. Noch eine Tür durch die Tür, äh, durch die Türen gehen wir jetzt erstmal noch nicht. Ähm, aber sonst gibt's hier irgendwie nicht viel, oder? Doch, in der Küche war doch einiges. Hundefutter. Eine Standuhr. Must have stopped working a while ago. Okay. Äh, Whiskyflaschen. Whoever cleared this place out, left behind two bottles of whiskey. Looks like someone didn't have their priority straight. Gut, wir nehmen mal an E-Whiskyflaschen, vielleicht kann man irgendwie die Wunden dann desinfizieren, oder so. Probably not the best idea right now. I need to stay frosty. Ich, äh, hab dir auch nicht gesagt, du sollst es dann trinken. Ansehen, Tisch, okay. Looks expensive. And heavy. Doubt any looters would be able to haul that thing too far. Ja, stimmt auch wieder. Schränke. Aufmachen, bitte. All empty. Hättest du die Familie auch einfach nur weitergezogen. Eine Spüle. Nothing. Water's off. Scheiße. Eine Mikrowelle. Verdammt. Eine Zeichnung. My dog, Walter. Scheiße. Ein Kühlschrank. Leer. Ich bin noch nicht fertig. Okay, wir haben hier das Hundefutter. Ich, äh, glaub aber nicht, dass irgendwer das Bedürfnis hat, das jetzt zu futtern. Genau. Nimm Hundefutter. Genau, okay. Okidoki. Dann, hier ist die Tür, durch die wir, äh, hineingekommen sind. Da waren aber noch andere Türen. Hier. Da gehen wir mal durch. Und wir machen mal ganz. Schnell die Tür auf. Nothing hiding in here. Okay. Und da drin. Da ist ein Bad. Im Wohnzimmer. Lol. Und auf. Auch leer. Dammit. Alles klar in here. Alles klar in here. Just one more to check. Okay. Gut, dann checken wir mal die Tür. Beziehungsweise das, was sich hinter ihr verbirgt. Und wir können auch hochgehen. Das machen wir aber erst später. Und auf. Woah, fuck. Auch nur ein Besen. Ach so, okay, gut. Well, place ain't got much. We should be okay here for a while. At least until the quiet's down outside. Good. Thanks. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? Nah, just dog food. And there's some whiskey in the back. I was just asking Clementine, if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Nur zu, Clementine. Wir wollen eine Antwort, Clementine. Lass gut sein, Christa. Go ahead, Clementine. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine. Honey, trust me. That's not what he wants. He... Lee? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. What has he found there? It's... It's just... Hmm. I really don't ask what he found there. What has he found there? Jimmy? Kenny? You okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that... Oh, my God. Ach du Scheiße, der Sohn. Ach du Scheiße. He looks like a duck, doesn't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. I guess he must have been hiding out of here. He's starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Du schaffst das. Ich kümmere mich darum. I can't ask you to do this, Matt. I'll take care of it. Like I did before. Are you sure? I guess we'll find out. Also gut, Kenny geben wir auf keinen Fall die Waffe. Weil der muss schon eh genug durchmachen. This must have been where he slept. Leerer Teller. He's right out of food. Like we almost did. Like we still might. Und dann leere Wasserflasche. All that tea. He probably died of dehydration before he started. Damn. Und ein Bett. Okay. Boah, das ist echt heftig, ne? Das ist echt heftig. Puh. Poor kid. Must have tried to hide out of here until he starved to death. This could have been Clementine, if I hadn't found her what I did. Wir können es also erschießen, schlagen oder zertreten. Aber zertreten ist irgendwie so, es ist leise, aber irgendwie so, man nimmt irgendwie in die Ehre auf, wenn man ihn irgendwie mit den Füßen tritt. Aber irgendwie Munition ist, sorry, dass ich jetzt sag, aber irgendwie Munitionsverspende und es ist irgendwie laut. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir hier machen oder erschießen wir es, dann ist es schnell. Ja, okay. Okay, eine Kugel können wir, glaube ich, erbarmen. Okay, gut. Okay. Scheiße. Da ist er. Okay, begraben wir den Jungen. Zusammen mit seinem Hund. Oh Mann, das ist wirklich hart. Oh Mann, das ist wirklich hart. Oh Mann, ey. Aber was ist da mit den Eltern passiert? Wo sind die Eltern? Das ist vielleicht irgendwie, sind Banditen reingekommen, haben die Eltern mitgenommen, beziehungsweise erschossen oder der Junge hat sich oben versteckt. Das ist möglich. Das ist möglich. Oha, oha, oha. Noch ein bisschen, komm. Ach du Scheiße, da steht wer. Hallo. Was ist denn das für ein Mungo? Ich mach dich kalt, bleib und... Wer bist du? Wer bist du? Was in der Hölle willst du von uns? Lee, was ist passiert? Nichts, na, na. Oh ja. 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 Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Was ist all die Ruckus? Lee denkt, er hat sich vielleicht gesehen, jemanden aus dem Spiegel auf uns. Vielleicht ist es ein verdammter Bellringer. Ja. Remember, wenn Walkers war, was wir am meisten Angst haben? Das sind die guten alten Zeiten. Well, zu hell mit dem. Ich werde nicht jemanden aus dem Spiegel auf uns zu bekommen. Wir haben hier genug gehalten. Ich gehe nach River Street. Ich weiß nicht, ob Omeid ist genug genug zu gehen. Aber er besser wäre bereit, denn ich gehe nach River Street gleich jetzt. Und ich finde die Bussin. Und als sie bereit ist, wir gehen nach. Wir gehen nach. Wir haben nur die Haus zu checken, um sicherzustellen. Wir haben nicht wirklich geflogen. Wir sind nicht wirklich geflogen. Wir sind schnack auf Essen, Wasser, Meds, Ammö. Wir sollten sicherzustellen, dass nichts hier gibt, dass wir hier nutzen können, bevor wir gehen. Wir suchen sie, wenn du willst. Ich bin fertig mit dem Haus. Wir kamen in der Stadt, um ein Boot zu finden. Und das ist nur das, was ich mache. Vielleicht ist es nicht so eine schlechte Idee, um den Ort zu checken. Ich habe gesagt, ich bin fertig mit dem Haus. Okay. Ist sehr gut. Wir können beide tun. Ben, du hast einen letzten Blick auf den Ort. Wir müssen uns auf den Boot konzentrieren. Bleib hier und hilf. Clem, honey. Ich denke, es wäre besser, wenn du hier mit Ben stehst. Ich brauche euch, um die Omeed und Krista zu beachten. Hilf ihnen, um sie bereit zu gehen. Du sagst, dass ich immer nahe zu bleiben bleiben muss. Ich weiß es. Es ist nur das Mal. Ich weiß es. 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 Ich werde mich holen. Dann gehen wir raus. Komm, Clem. Mal schauen, ob Omeed etwas braucht. Also? Du bleibst mich hier auf der Bench? Ja. Nichts wäre gut, Ben. Aber bleib und beschütze. Pass auf, um ihn auf. Wenigstens einmal, hoffe ich. Gut, das soll es dann aber auch für diese Folge gewesen sein. War jetzt ziemlicher Schock am Ende nochmal. War ja eh schon eine Überfolge. Aber das wollte ich... Also... Ich wusste nicht, dass der Dialog noch so lange ist. Aber... Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge zu The Walking Dead. Episode 4. Hinter jeder Ecke. Around Every Corner. Und... Bis dahin. Haut da rein. Bis erst.